81. Sura Ad-Tagwir Das Einrollen Offenbart zu Mekka Im Namen Allahs, des Alabamers, des Barmherzigen Wenn die Sonne eingerollt ist und wenn die Sterne trübe sind und wenn die Berge fortbewegt werden und wenn die trächtigen Kamelstuten vernachlässigt werden und wenn wildes Getier versammelt wird und wenn die Meere zu einem Flammenmeer werden und wenn die Seelen mit ihren Leibern gepaart werden und wenn das lebendig begrabene Mädchen gefragt wird Für welch ein Verbrechen wurdest du getötet und wenn Schriften weithin aufgerollt werden und wenn der Himmel weggezogen wird und wenn die Jahim angefacht wird und wenn das Paradies nahe gerückt wird dann, dann wird jede Seele wissen, was sie mitgebracht hat Wahrlich, ich schwöre bei den rückläufigen Sternen den voraneilenden und den sich verbergenden und bei der Nacht, wenn sie vergeht und ich schwöre beim Morgen, wenn er aufzuatmen beginnt dass dies in Wahrheit ein Wort eines edlen Boten ist der mit Macht begabt ist bei dem Herrn des Throns und in Ansehen steht dem gehocht wird und der getreu ist und euer Gefährte ist nicht ein Besessener Wahrlich, er sah ihn am klaren Horizont und er ist weder geizig hinsichtlich des Verborgenen noch ist dies das Wort Satans des Verfluchten Wohin also wollt ihr gehen? Dies ist ja nur eine Ermahnung für alle Welten für denjenigen unter euch, der aufrichtig sein will Und ihr werdet nicht wollen es sei denn, dass Allah will der Herr der Welten